So, hallo und herzlich willkommen zurück zu uns mit Persona 5. Im letzten Part ist eine Menge passiert und zwar hat Sojiro herausgefunden, dass wir Phantom Thieves sind und Akechi weiß es schon länger, das dachten wir uns zwar schon, aber jetzt hat er es uns auch gesagt und er ist selbst Metaverse-User und möchte uns jetzt beitreten für einen letzten Auftrag, angeblich ein letzter Auftrag. Ob wir danach weitermachen, mal sehen, aber erstmal angeblich der letzte Auftrag von uns und so weiter und so fort. Es ist gerade halb vier, also wenn ich müde wirke, tut es mir leid. Ich habe gerade bemerkt, dass ich keinen Partner mehr habe, also Kompetenz, gute Nacht, bis morgen. Das conclude the speech given by Representative Masayoshi Shido, who may be forming a new party. We now resume our coverage of the Phantom Thieves, the Suspects for Mr. Okumura's death and others. The police have designated the Phantom Thieves as the country's most wanted fugitives and have decided to reward anyone with information leading to the capture of the Phantom Thieves. Look. Those who provide information will be offered a reward of 30 million yen. And considering the high amount, it shows how extraordinary the situation has become. Reward money will be supplied by the police and the families of the victims. If I report you to the police and they arrest you, I supposedly get 30 million yen for it. I hope you understand the situation you're in. Even people who didn't have an interest before, will be on the lookout for the Phantom Thieves. And it'll happen every day, even at school. Why did this happen? I didn't know it would. I see. Well, how do I put this? I'm sorry I didn't realize it. It's also my responsibility that this happened. All I can do now is give you shelter. Just don't become desperate and do something reckless, all right? Don't worry. I won't sell you out. As long as you're here, there's nothing to worry about. I feel bad about what we've done to the Chief. I'm responsible too. Did you see that reward? Perhaps we put too much pressure on them. With this, the Phantom Thieves have become public enemy number one. Heh 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 heh. That will be when their curtain falls. Wonderful. Aber, keine Sorge, wir werden euch schon noch aufhalten. Hey, great! I can't believe how big the bounty is. We should look for the Phantom Thieves ourselves. I can't just suggest that they go to the school, right? Yeah, but let's not. There's been too many mental shutdowns as it is. It'll probably be the end of us if we start sniffing around now. But 30 million yen, man. Just let me dream a little. Wir würden euch schon nichts tun, ne? Aber... Heh? Ihr findet uns eh nicht. Wir sind Profis im Verstecken und so. Niemand würde das jemals herausfinden. Außer vielleicht, ja, Kentscheid, der zählen nicht. Yo, you see the news? I had braced myself for this possibility. Actually, having a wanted notice out for us, it feels kinda weird. I'm not sure we're gonna get away this time. Our backs are truly against the wall now. Discussing it here won't do us any good though. Let's talk more person. Je mehr Chatlogs wir haben, desto mehr Leute... Ja, nicht desto mehr Leute, sondern desto mehr können die Leute danach lesen, wenn die es finden. Also sollten wir eigentlich weniger schreiben, naja. Wir wollen jetzt, und die Reaktion sind 30 Millionen Yen? Was ist das, ein Comic-Buch? Ich fühle mich so unrealistisch, ich kann nicht helfen, aber schreien. Wir sind endlich behandelt als reale Kriminale. Ich bin positiv, jetzt. Remember all of those what-ifs I mentioned before? All of this was truly set up. Wie Präsident Okumara ranked first, die Fad before that, sogar Mejet. Es war alles, um zu machen die Phantom Thieves bekannt. Auf der Seite, auf der Seite, wir haben uns geholfen, um die Akumara zu schreien. Ja. Ja. Der Krieg hat sichergestellt, dass wir die Blame auf uns aus dem Beginn. Nachdem wir die Popularität bekommen haben. Dann was für alles, was wir bis jetzt gemacht haben? Die Leute, deren Herz wir geändert haben und denken, dass wir korrupt sind, eigentlich nicht? Nein. Weil von Yusuke und ich. Die Matarame und Kanashiro-Kanashiro waren coincident. War das nicht so mit Kamoshita, auch? Begültig, was mit den Rangeln passiert? Nur der vorherigen Wettbewerb würde uns benutzen. Was für ein günstiger Trick zu benutzen. Ein günstiger Trick zu benutzen. Ein günstiger? Es ist nichts von der Art. Es gibt die Fake Majad und die Sight-Alterkationen. Sie vielleicht haben sogar den Fad in uns gemacht. So viel Zeit und Wettbewerb wurde in das. Präsident Okumara wahrscheinlich nicht der einzige Ziel. Vielleicht wollen sie alle Blame auf die Vergangenheit und die Vergangenheit auf unsere Gruppe. Das ist weshalb ich gesagt, dass wir nicht in die Dinge so interessiert haben. Was? Also das ist meine Schuld? Auch du hast es in der Ende. Und da war das Ding mit Haru in der Zeit. Wie müssen wir das nicht ignorieren? Entschuldigung. Das war alles, weil ich einmalig entschieden, dass mein Vater ein Kriminell war. Alles, was ich zu denken war, war meine Frau. Fiancé. Wenn ich nur mit dem Kriminell war... Haru? Es ist nicht Haru's fault. Ich sollte auch sprechen, wenn Prin. Kubayakawa stirbt. Verdammt! Das ist BULLSHIT! Gott! Fuck! Ah! Ryuji! Entschuldigung, deine Frustration auf die Dinge nicht hilft niemandem! Hey, was du denkst? Warum haben wir verloren? Was haben wir falsch gemacht? Wahrscheinlich, weil wir nicht so wie wir uns selbst agieren. Entschuldigung. Auf der Zeit haben wir nur die Meinung des Generalen Publikums gebraucht. Ja. Das ist wirklich alles. Ich war... Ich war... Ich war... Ich war so mit einem Namen für uns selbst. Ich bin so ein Idiot! Ich wurde ein Phantom-Thief, weil ich diese seltene Art von Adulten liebte. Haru, du bist noch gar nicht so lange dabei. Hör auf, dass du zu reden davon. Ich bin so mit mir selbst. Makoto. Ich bin so... Ja. Wir sind in tiefen Wasser auf dieser Art. Aber wir haben keine Ahnung, wer wir gegen das. Und ob sie ein Individuum oder eine Organisation sind. Außerdem... Sie müssen in einer Position der Macht sein. Oder sie haben kräftige Backer, wenn sie so weit gehen können. Sind wir wirklich ein Match für das? Können wir das jetzt enden? Ich meine... Dinge machen es für alle schlimmer. Hey... Was sollen wir machen? Ja... Ruhigen mit unseren Haaren zwischen unseren Haaren ist genau das, was sie wollen. Das ist das gleiche, als unsere Ästhetik zu verabschieden, weil wir nur über unsere Hüten interessieren. Ich verstehe. Ich nehme zurück, was ich gerade gesagt habe. Ich kann es nicht so enden lassen. Absolut nicht so! Sieht so aus. Sieht so aus, dass wir auf das, was wir machen wollen. Alles, was left ist, ist, wie wir über das gehen. Ja. Yo? Hey, es ist mir. Äh... Um mich zu jemals zu jemals. Ich wurde in der Ed-Bounty geflogen. Es ist so schlimm. Es ist so schlimm. Ich habe es nicht so. Ich habe es nicht so. Ich habe es nicht so. Ich weiß, wie du fühlst. Du auch? Es ist so schwierig. Wir wollen jetzt jetzt jetzt. Wir wollen jetzt jetzt. Vielleicht haben wir nicht so. Wir haben jetzt noch nicht so. Wir haben jetzt gegen den Tag gegen Kamishida. Ich wollte es ein Fandant Thief. Weil ich dachte, dass sogar jemand wie ich könnte sein. Es macht mich so. Es macht mich so glücklich. Ich bin so glücklich. Ich glaube, es geht einfach. Ich habe es einfach. Ich habe es nicht so. wenn das für Justus. Aber das macht mich nicht anders wie auch. Aber ich habe es nicht so. Ich wollte sie Bags. Aber ich developed ein shit- neb. Aber ich würde das Bags nicht so. Ich kann sogar nicht so. Ich kann auch nicht so. Es wird nur um sichsit. Boatir. Toasty. You're right. Thanks. Toasty. I feel like I can't think straight now. Oh, I scared Haru und Futaba. Didn't I? I'll have to apologize to them too. See ya. See ya. See ya. Please don't take off my mind. Wie gesagt, Akechi will uns ja sowieso irgendwie mittlerweile auch helfen. Er will zwar, dass wir damit auch danach mit den Phantom Thiefs Sachen aufhören, aber er will uns zumindest erstmal, naja, unsere Unschuld beweisen halt. So, gute Nacht, würde ich dann direkt sagen. Er ist ein Politiker von der Ruling Party, nicht? Ich habe gehört, dass sie sich um eine neue Partei zu entwickeln, also eine Wahl wird bis zum Ende des Jahres. Ich werde das Mal wählen, sicherlich. Dieser Mann hat meine Unterstützung. Du hast noch nicht wählt bis jetzt? Das ist problematisch als Mitglied der Gesellschaft, du weißt. Politik hat mich einfach nie interessiert, aber dieser Politiker sieht ziemlich großartig. Er ist interessiert in Sachen Sachen des Zukunfts. Ich meine, jemanden wie dieser sollte als Prime Minister sein. Ich werde definitiv wählen für ihn. Ich glaube, das macht Sinn, weil die anderen Politiker sind so unverlässig. Wenn du sagst, dass du uns mit dir kooperieren möchtest, was genau willst du uns zu tun? Das ist eine gute Frage. Aber könnte ich erst einen Kaffee haben? Hörst du dich um! Bitte, das kalt. Es gibt eine Frage für Informationen, in addition zu der Arrest-Warrant. Das sind sehr schade. Ich spreche an Saison's Aktionen. Ich glaube, dass alle von dir auch auf deinem Wissen sind sind. Sie muss sich sehr verletzt, wenn sie so weit ist. Mach die Reden mit der Arrest-Warrant, dann benutze ich Anzeichen für die Testimonien. Das ist nicht ein schlechtes Method. Die Polizei haben nichts mit uns. Es gibt keine Art-Warrant. Das ist wahr. Ich bin derjenige Einzige, die ihr echte Identitäten erwähnt. Aber die Grunde für die Testimonien für die Testimonien und ein Kulprin ist auf dem Weg. Wir sind nicht über diese Selbst-Gratifikation. Geh mit es! Ich bin klar. Ich denke, dass ich eine Veränderung in Saison schade. Ich habe bereits herausgefunden, dass sie ein Palast hat. Huh? Really? Ist das um die Angelegenheit zu verabschiedern? Precisely. Still, es gibt keine Möglichkeit, um ihr Herz zu ändern, nur für das. Indeed. Es ist schwer zu glauben, dass eine Einzelne Person all das möglich ist. Unfortunately, das ist nicht der Fall. Was, wenn ich dir gesagt, dass die Menschen um sie verabschiedern würden für falsche Begründung? Sie sagen, dass die Polizei so etwas tun würde? Es scheint, dass sie mehr gegründet sind als ich dachte. Der Priorität ist, um die Situation zu verabschiedern. Sie sind nicht egal, wer der verabschieden Kulprin ist. Nein! Sie sind völlig verabschieden! Mein Ziel ist, um den verdadeigen Kulprin zu finden. Das muss auch sein, für alle von euch. Aber die Situation aktuell ist extrem schlecht. Wenn das Schmerz kommt zu Schmerz, wird jemanden ungewaltiger als Kulprin sein, oder? Unsere Lösung für das ist, um die Sae-san zu kommen, zu ihren Sensen. Wenn sie in ihrer richtigen Kulprin ist, kann sie diese Situation stoppen. Sie haben die Justizität nicht verabschieden. Also, das ist das... Die Wahrheit wird sich verabschieden. Und ein inocenter Ziviler wird sich verabschiedet. Ich kann nicht so etwas passieren. Meine eigene Ethik nicht für sie. Ich meine... Ich glaube, ich kann verstehen, wie du fühlst. Und verabschieden Sae-san's heart wird, um sie zu schützen, auch zu schützen. Wie heißt das? Wenn die Kulprin zu wissen, dass sie die Entscheidung verabschieden ist, was würde passieren? Ich bin sicher, dass sie für ihre Leben zerstören. Sie ist der perfekte Target, um die Phantom Thief zu schützen. Also, wie geht es? Will du mit meinem Plan agree? Selbst wenn du dich über sein, bist du bereitst, kannst du deine Hände zu schützen? Es kann nicht helfen, um die Wahrheit zu verabschieden. Es gibt auch noch eine Mehrheit in Veränderung von Sae-san's heart. Es wird eine Warnung nicht mit uns verabschieden. Sie können nicht öffentliche, wenn jemand in der Analyse ein Veränderung hat. Es wird zeigen, dass sie ihre Korruption verabschieden. Alles, was da ist, ist für mich, um die Identität der wahrsten Kulprin. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Du sagst uns, um unsere Verabschiedung zu verabschieden, wenn der real Kulprin ist, ist, nicht wahr? Wie erwartet von Onijima. Also, was du sagen? Ich glaube, es ist kein Schmerz für uns beide. Makoto, was ist dein Geist auf all das? Es ist ein Plan gemacht. Es nimmt sogar einen Ende für unsere Team into consideration. Ich bin froh, dass du das hörst. Warum bist du bereit, Akechi-kun? Warum hast du eine Justiz? Weil die Menschen schrecklich sind. Ja, meine Verabschiedung für solche Menschen macht meine Verabschiedung. Es ist kein Grund, wie für die Gesellschaft, oder ein Lauf der Ideal. Es ist einfach ein Absurdes Grudge. Und extremamente Personal. Dude. Du weißt, dass er dich nicht an uns erinnert hat? Ja, so wie ein wunderschöner Mensch ihn aufgelöst hat. Wir sind ähnlich, hm? Vielleicht dachte ich, dass ich das von euch alle fragen könnte. Wollt ihr mit mir auf der Mission, um Saesans Herz zu verändern? Danke. Ich war da eigentlich eher beinahe. Diese Mission kann nicht ohne deine Kooperation zu erreichen. Die Phantom Thiefs werden verabschiedet. Und alles wird funktionieren. Ich hoffe, dass es so. Mako-chan! Ich bin okay. Ich habe es niemals nachdem, bis jetzt. Aber die Grund, warum ich die Phantom Thiefs bin... ist... weil ich wollte, dass ich meine Frau's Herz verabschiede. Ich hoffe, dass es nicht mehr zu passieren wird. Ich weiß auch, dass sie ein Haus hat. Warum hast du uns gesagt? Es war zu seltsam für eine Grund. Aber ich war zu Angst, dass es etwas mehr zu sehen ist. Warum versuchen wir jetzt zu gehen, um den Ort herauszunehmen? Ein vieles von mir werden, also ich möchte mich auf das. Entschuldigung. Ich habe heute einen Plan. Entschuldigung. Das ist unmöglich. Willst du deine Freundin darüber erzählen? Natürlich nicht. Es ist einfach... Du siehst sehr evasiven, heute. Es ist etwas, was das Problem? Ich habe einfach nicht mehr Zeit, heute. Wir machen es ein Tag, dann. Und das morgen. Entschuldigung, alle. Einige. War nicht Makoto ein bisschen weirrt? Ich weiß nicht, warum. Es tut mir leid. Ich hoffe, dass es nur meine Erinnerung ist. Regardless, es beginnt morgen. Ich hoffe, dass es gut geht. Ich weiß nicht. Ein Haus? In mir? Nicht nur das, Goro Akechi? Dann die Phantom Thiefs mich als per seine Worte? Und er hat bereits erlebt den Metaverse über die Zeit des Okumara-Kass? Das kann nicht sein. Ich meine, er hat nie gesagt eine Worte. Obwohl... seine Attitüte hat plötzlich verändert. Akechi-Kun hat sich gehalten über die wichtigste Details, und meine eigene Frau vielleicht ein Phantom Thief? Wenn das alles stimmt, ich bin der Kommandante dieser Operation. Ich alleine war in der Nacht. Also, du bist überzeugt von einer anderen Existenz durch die zwei Mental Shutdown-Kassungen. Und wenn du dich verabschiedet, während du falsch verabschiedst, dieser Villein wäre immer kaputt. Das ist der Grund, warum du mich würdest? Nicht für deine eigene Erinnerung? Du glaubst mich jetzt? Du glaubst mich? Ich glaube nur, es ist eine Möglichkeit. Dann wieder, wenn du möchtest, um die Erinnerung zu verabschieden, um mich zu verabschieden, um mich zu verabschieden, um mich zu verabschieden. Deine Aktionen als Phantom Thiefs würden trotzdem mit Hostilität verabschieden. Nein! Wenn dieser Villein existiert und deine Gruppe aufsetzen, dann wäre ich nächstes. Hat Makoto diese Spekulation gemacht? Was ist denn? Vielleicht habe ich etwas überrascht. Hey, du musst deinen Fokus halten. Ich habe noch nicht verloren. Ich bin überrascht. Es scheint, du kannst immer noch sprechen. Aber der Blick auf deine Gesichter ist nicht einer der Verabschiedung. Warum ist das? Ich habe noch nicht verloren. Aber wenn deine Geschichte bis jetzt ist, eine Grunde kann sich beobachten. Es ist frustrierend zu sagen, aber auf ein bestimmtes Punkt... Nein, wahrscheinlich aus dem Anfang. Ich war ein solches Puppet. Ich habe jemanden gelegt, nur um später die Verantwortung zu beobachten. Ich habe jemanden gebeten, und die Minimal-Staaten, die direkt involviert waren, waren in ihrem Pocken. Und wenn das so ist, würde die richtige Integrität mit dir sein. Sai ist langsam zu akzeptieren. Ich fühle mich mit Bond, mit Sai ist growing deeper. Genau das wollte ich aber auch gerade noch anmerken. Hätte ich das nicht selbst getan. Im Intro, also im ersten Part, wurde gesagt, dass uns jemand verraten hat. Okay. Die Frage ist, wer, falls es wirklich wahr ist. Nein. Ich komme zum Schluss. Ich glaube noch nicht, deine Geschichte. Es ist etwas, das ich mit dir zu beobachten muss. War eine Veränderung des Herzens in mich? Was passiert, in der Zeit, zwischen meinem Haus und deinem Verletz? Sag mir alles. Kann doch sein, dass sie gerade kommt in der Tortur. Aber wir sind ja jedenfalls gerade geflüchtet. Das heißt, wir hatten gerade wahrscheinlich die Brustkampf hinter uns. Und sind halt nicht entkommen. Was ist das Favorit, die du brauchst? Es ist schon kürzlich. Wir werden die Nijimas Paläse brauchen. Also, ich will sie in die Nähe. Dinge wie ihre Arbeitsethik und die Beziehungen. Es ist egal, ob es öffentlich oder öffentlich ist. Das würde uns helfen, zu kommen, zu kommen, ob wir einen Wegblock in ihrem Haus haben. Ich kann noch mehr suchen, du weißt. Dinge wie ihr Repertoire von Unterwerfen. Eine Mädchen sollte nicht Dinge wie das sagen. Du erzähl sie auch. Das ist beeindruckend. Don't fall for it. Ahem. Also, ich könnte es überdenken, aber meine Sprache... Oww! Das gleiche wie immer. Lass mich zuerst enden. Ah. Es ist etwas anderes, was wir wollen, dass du in die Nähe. Es sah nämlich irgendwie danach aus. Als wäre diese Erinnerung... Naja. Weg. Halt. Um es mal so auszudrücken. Und um mal auf Side zurückzukommen. Ich gehe davon aus, dass wir hier tatsächlich nicht gechanged haben. Also, dass wir nicht mehr dazu gekommen sind. Aber... Kann auch anders sein. Was weiß ich. Woher sind wir heute Morgen? All right. Wir wurden nie gesagt, wo wir uns zu treffen. Das ist ein Krankenhaus. Wo ist das? Hint. Das ist der Regierungsdienst. Kasumigaseki. Indeed. Oh, I've never heard of that place. Never been there, though. Oh, nee. Warte mal. Andersrum. Oh, I've never heard of that... Ihr wisst, was da steht. Warum will ich es überhaupt vor? Scheiß drauf. Me neither. It's not somewhere normal people usually go. Wow, just looking at the map is impressive. The police department, Ministry of Justice, Public Prosecutor's Office and Public Security. The diet building is right near there too. For real? What kind of scary place are we going to? We won't get caught, right? According to Akechi-kun, our identities haven't been discovered yet. So, we are just going to plunge headfirst into enemy territory. Has anyone contacted Akechi? We're going to meet him there. We're on guard, everyone. We'll be heading into alliance then. Oh, yeah. I don't think we'll just get caught there, right? So, this is the courthouse. You can tell it's a revolting building just by looking at it. Let's hurry up and get started. Akechi, what did you find out? I rarely get to see Sai-san directly, but I figured out her course of action. On the 20th, an investigation will likely be done at Shujin Academy, as well as the Sakura Residence. For real? Then that means our time limit is November 20th. But this should be a substantially forced operation. I doubt it'll take place before the 20th. We'll take your word. For now, we need to focus on infiltrating her palace. I concur. And we should probably get going soon. After all, people like us standing around here is quite unnatural. Well then... That's... Huh? What about my smartphone? This is the model I wanted! You're so lucky! I'm so sorry. Until recently, Futaba was actually a... Well... It's okay. Sai-san told me the gist. Oh, right! Akechi-kun, it may be best if you exchange contact info with everyone, too. Not just me. That's true. I'll send everyone's contacts to you later. Thanks. Well then. I hope we get along. I'll do my best. Though our positions are somewhat different, Akechi will be joining us for the time being. I feel like my bond with Akechi's has grown even deeper. You've got a good personality and good looks. Talk about cheating. She's praising you, I believe. Then shall we get started? We need to figure out what Makoto Sis thinks this courthouse is, right? I often hear her call it a place of competition, in which she must always win. A competition, huh? That sounds like Sai-san. It'd be unbearable if you were put on trial for a reason like that. Although, a competition means it's a match of some sort. Might it be a martial arts ring? Then perhaps a stadium? Or maybe an arena? There are other competitions besides fighting and sports. Gambling then! How about a racetrack for horses? Other than that, there's Pachinko, but... Does that count as gambling? We played cards during the school trip. What else is there? It must be a casino. No. I definitely see Sai-san in you. Well, it's time we head in then. Beginning Navigation. Head right past there and keep a low profile. That's it, huh? What's going on here? We are looking at the courthouse, aren't we? Seems like it. Let's go. Right. The courthouse is a casino. Everywhere else seems to be a normal cityscape. Isn't that... The police station, yes. I didn't know that the station and the courthouse were next to each other. Our attire hasn't changed. That must mean we aren't considered threats or hostiles yet. Right. Areas outside her courthouse palace must not be worthy of her attention. Wait, I always look like this! I'm special! Besides, I can't do anything in my cat form. The police station's also part of her work area, though. Whenever arrests are made for her cases. I've brought her food and belongings when she was sent on loan to the police. We got no business with the cops, right? This might be the metaverse, but I don't want to go in a station. That reminds me. He'll need a codename, too. Codename? Phantom thieves can't go around using the real names, right? It ain't cool, either. Just for reference, what is everyone else's? Skull. Mine's Fox. We pretty much decided on them with how we look, didn't we? What is it, Haru? Oh, it's nothing! Then... Perhaps Karasu will be best for me. You know, like a raven. Are your clothes all black or something? The reverse, actually. If our codenames were to hide our identities, wouldn't that be better? Haru, Sue. He could be the only Japanese sounding one. Why not go with Crow instead? Alright. From here on out, you're Crow. Got it. Now then. Let's head into the courthouse. Now then. This is business as usual. First off, we'll need to find... Ja, ja, okay, das kenn ich, danke. Ich lese trotz davor, wie gesagt. Einfach aus Prinzip. Und ja, hier sehen wir halt echt viele Menschen, die einfach so rumstehen, die wir durchlaufen können, okay, aber das können wir auch in der Stadt durch die Menschen halt. Ich denke mal, das sind einfach irgendwelche random Schatten, ne? Hey, we can't go that way. Okay, wir gehen da nicht lange anscheinend, okay. Dann würde ich sagen, wir wiegen hier ab. Nicht wahr? Richtig. Wo auch immer uns das hinführen wird, aber irgendwo wird es uns schon hinführen, hoffe ich mal. Hm, naja. Ich mag die Musik gerade voll gerne, holy shit. Komm hier rein? Nein. Aber hier leider. Aber das sieht jetzt echt gerade voll toll. Ich will gerade eigentlich voll wenig reden, um die Musik ein bisschen mehr zu hören, um euch auch mehr zu zeigen, aber... Naja. Okay, kommen wir rein. Sehr schön. Ist das hier das Treppenhaus, was wir auch schon im ersten Part gesehen haben? Ja, ich werde jetzt sehr viel über den ersten Tatsch bringen, aber naja. So, das means we acknowledge it as a threat now, correct? Dude, you're planning on still stuff in that re... get... in that get-up? It just means that's what he thinks a rebel looks like. Hm. No, this is my mental image of a person who sticks to their justice. Well, I think your mask is more apt for piercing rather than sticking. See! That aside, the people in here look completely normal. Genau, das hab ich auch schon angesprochen. But we're in a fleshy casino. There's no doubt this is the palace. Oh! Oh, right. Crow doesn't know too much about cognitive beings dussy. Oh, yes. In addition to similar topography, cognitive people exist based on the ruler's perceptions. That probably didn't make much sense cause of all the fancy terms he was using, huh? In essence, since these ones look like real people, Saizen's view of others is surprisingly undistorted. But considering what I see before me, it's difficult to believe it is not actually a real casino. But... Not all cognitions are normal, though. In Futaba and Okumura's palaces, we had to battle them. People may look normal, but we should be careful, particularly of those in positions of power. Is this what you have to go through every time? That's right. Hm. This is a first for me. I'm somewhat nervous. Hey! Just don't slow us down, Crow. I will not allow that to happen. Okay. It's time we head inside. Our deadline for this infiltration is bla bla, you know. Of course we'll need to secure an infiltration route. Yeah, yeah. Closing calling card wasn't merely for show. It's a necessary step. Will you please stop interrupting? My apologies. Well then, let's go. Oh man, this is actually full of noob. Was einfach. Voll süß. Naja, okay. Ich will das mal gerne gucken, ob ich mein Level er ist. Das wäre ganz interessant, was ihr das wissen. So. Warum sagst du das jetzt? Hast du keine Ahnung von irgendwas. So, Stats, ne? Aber catchy. Level 45. Fuck, ich bin drei Level und ein Level also. Das ist blöd. Das ist sehr blöd, tatsächlich. So. Mal gucken, ob wir noch irgendwo ein Level umfinden, bevor ich den Partner wenden will. Wäre sehr schön. Weil ich möchte eigentlich schlafen gehen. Am Schluss noch am Rande. So. Oh, die Musik in den Palace ist wundervoll. Darf ich das mal anmerken? Aber ich höre auf jetzt die ganze Zeit über die Musik zu reden, weil ihr hört sie ja selbst nicht wahr? Das ist richtig. Auf der anderen Seite seht ihr auch alles selbst. Von daher, warum soll ich nicht nur noch reden? Ist wahr? Bla 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 bla. Ja. Okay, jetzt. So, ich seh schon. Ja, ja. Wir gehen mal da hin. Auf die andere Seite? Ne, da ist gar keine Tür. Okay. Dann. Ich sehe da irgendwas anderes. Oder ist da eine Fuscher? Ich seh's gerade nicht so genau. Hallo? Wo kann ich lang? Hilfe. Ich bin verzweifelt. Ich habe gerade echt keinen Weg. Holy shit. Bin ich ein bisschen blind? Kann das sein? Ach. Kann es sein, dass ich hier rüber muss doch? Jaja. Oder? Ja. Ja. Ja, ich bin gerade ein bisschen schlecht im Weg finden. Aber ich hab's dann glaube ich langsam mal. Ja, hier geht's rein. Okay. Gut. Lüftungsschächte sind schon eine tolle Sache, ne? Willkommen. Komm mal raus, you petty thieves. Woah! Sie können uns sehen? Du bist nach dem Schaden, oder? Nicht? Komm mal runter und ich werde dir sagen, wo es ist. Was? Wir werden nicht so einen Schaden fallen fallen. Haha. Das ist nicht eine Lüge. Ich wünsche nur, dass du das fair und square machen kannst. Wir werden nicht rennen, oder? Wir sollten es so machen, wie sie sagt. Es gibt keinen Sinn, dass sie noch mehr hängen. Ähm. Doch. Nein. Ich will da nicht. Okay, wir können irgendwo anders hin. Das reicht ein bisschen runter. Gut. Dann laufen wir halt direkt in ihre Falle. Meinetwegen. Wenn das Spiel so will. Meinetwegen. Okay. Vielleicht ist doch keine Falle. Vielleicht ist hier einfach nur... Was ist das? Was ist das? Verdammt! Oh, da! Hm. Es scheint, dass wir diesen Elevator nutzen können. Komm, Joker. Lass uns weitergehen. Du gehörst. Ich mein, es ist ja auch im Casino. In einem Casino ist auch alles fair, nicht wahr? Es ist zwar ein Glücksspiel, alles. Aber es ist ein faires Glücksspiel, oder? Glaub ich. Wenn es nicht... Naja, gezinkt ist, ne? Und so. Tun Tun. Soll das Get After Hard Joker. Gut. Dann. Geh schon mal weiter. In Richtung... Sai. Geh hoch einfach direkt. Sieht das? Anscheinend. Gut. Dann gehen wir direkt zum Schaden. Ich meine, es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Gehe ich jetzt aber machen aus. Würde mich sehr wundern, aber naja. Authentication required. Please insert your members card. Members card? Perhaps it bears relation to a players club of sorts. I can't handle your technical speak. Just give me it straight. Do you have a moment? Casinos typically have a membership system called a players club. Some locations even have areas called out of her particular ranks of players. Considering the setup of this place, I thought things may be similar here. That'll make this shit simple. Come on, let's join this players thingy. I would agree with you, but... A shadow? As I expected, registration will not be such a simple matter. I see. She must be daring us to challenge the security of this place to make it to her. Ha. Here it comes. No need to worry. I'll handle this. I need to prove my worth to you after all. Will you be alright? Who knows? I would estimate that you all won't even have to step in and help though. Well then, let us begin. Don't worry. You can leave this one to me. Take them down, Robin Hood! No need to worry about tomorrow. Find out how to dream! The rest i can become brother of their enemies. Go and kiss my일�ie! No need to drive over you! And inch! ja hier ich habe keinen namen für dieses tier weil ich gerade keine tiernamen kenne ich bin müde okay das ist hier nicht das ist sonst gut im weiterfinden wenn er jetzt gerade ist besonders schlimm so dass das buch ist der komplett das ist wundervoll die das sind schon angriffen auch nicht ich werde sterben oder auch nicht ich glaube wir haben gewonnen jetzt warum greift ich damit an obwohl wir gegen das zeit ist nicht da noch ein bisschen davon was und du kannst wieder aufstehen direkt an fast gestorben ist es wundervoll wir sind so was von normal vom greift damit an dagegen ist so ein lustiger keks danke er ist trotzdem tot das war ich knapp weil ich mir mal schön mit fluch angegriffen habe obwohl er dagegen resistent ist so meine leute ab sind wir noch zwei leute damit habe müssen wir nicht weiß ich weiß ich mache ja schon mal so new break will ich dafür irgendwas auswerfen ist die frage ich würde sagen das habe ich heraus ich hoffe das kann dem entscheidung auf der psychik jedes mal you got it you're not so bad and i am capable of much more now then let us deal with the shadows quickly wait does it sound like we're gonna get ambushed based on what we heard earlier i agree i like to deal with this with them as quick as we can but now that we have an infiltration route i'd suggest we return for now and free and prepare very well i trust your experience and judgment let us do that genau da kann ich nicht mehr auf den partbetten vielen dank dafür aber da haben wir jetzt einen neuen palast den wir uns stellen werden sobald ich ein bisschen gegrindet habe ja ja ich weiß grinden wäre ganz angenehm there was truly one surprise after another i hope we continue to thrive in our work together agreed we will need to explain the steps we take though that is unnecessary first we secure an infiltration route then send the calling card correct in doing so the core of the ruler's distorted desires will manifest into a physical form by taking that core the change of heart will be triggered i deduced the steps would be something along those lines a plus it ain't as easy as it sounds don't ask to animate this shit i'm not underestimating anything i assure you by the way nijima-san shadow seemed really confident yeah there's nothing there's no knowing what may await let's continue cautiously very well you won't let me know when you enter the palace yes nah come now there's no need for hostility i will simply have to come to leblanc every day in that case that enough for it that's enough for it for now oh god ich kann ich nicht mehr lesen es ist echt schwer okay ich bin echt müde let's prepare well for the coming task ah yes my apologies for somewhat derailing derailing this conversation ich höre einfach aufzulesen okay lese es selbst danke mhm ja ja gut gute nacht holy shit ich bin so tot mein Gehirn ist Matsche wirklich beim nächsten mal gibt's dann oh god nein hört auf mir nach zu schreiben ja Mishima ich hab dich lieb Phantom Thieves sind toll ja liebe okay gute nacht meine Freunde bis zum nächsten Part von Let's Play Persona 5 ciao